Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir haben letztens die Quälerin besiegt, haben ihr Herz abgezogen, sind zu Samaya gegangen und der hat uns gesagt, dass wir ein cooler Typ sind. Und jetzt müssen wir die Stigma besiegen und dazu müssen wir, genau, das ist ein Wurm oder sowas, müssen wir auseinanderreißen. Like a boss. Und das machen wir auch, aber erstmal, gucken wir mal, wie wir uns upgraden können, mit einem guten alten Vulgrim. Das geht. Ey. Bro. To talk to you. All right. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Ähm. Erstmal die Artefakte weg. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Jucken mich nicht. Klingeln geil sehr, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ah, das ist irgendwie so ein Dot. Das ist jetzt die Frage, Alter. Nehmen wir generiert auf natürliche Weise derzeit Zorn oder nehmen wir mehr Damage für den Klinggeizir? Ich will mehr Damage auf der Vulgrimgeizir. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Die macht super viel Damage. Ah, ah. Fresse wohl, Grim. Jetzt kriegst du eine Watsche. So, dann wird er auseinandergenommen. Wacka blockig. Gut Job, bitches. Gut Job. So. Ab ins nächste Gebiet. Was ist das denn? Achso. Na ja, gut mal Leben. Nicht umdrehen. Schön gegen die Wand geklatscht werden. Like a good boy. So ist es. Jungs, so ist es. Und so wird es auch immer sein. Zack. Ja, ja, komm. Nervt nöt. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Kann ich das auch aktivieren? Nein. Ich dachte, ich kann da voll dagegen butchern. Nutzen von Chronosphären. Bewahren die Kraft, die man braucht, um die Zeit zu lösen. Benutzen sie die Kreuzklingung. Chronosphären aus der Fertelzeile verlangen, sagen sie, die Zeitung, Gefahr zu lösen. Naja, bestimmt kann ich irgendwie... Das Tor ist nur so und so lange offen. Und dann... Ne? Und das fällt gleich wieder zu. Deswegen muss ich jetzt in dieser Zeitspanne sein. Ach, was du nicht sagst. Deswegen habe ich das hier... Ach, du bist so ein Brainspiel, Alter. Hey, geschafft. Gut, geschafft. Oh ne, da ist der Dicke dahin. Oh ne, da ist der Dicke. Ah, war doch gut. Alles war so gut. Es war so gut. Gib mal ein paar Seelen. So. Hoch, 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 hoch. Es geht. Bitches. Noch mehr Seelen. Okay. Na klar. Fall doch einfach mal runter, macht Sinn. Äh... Ah, ja. Gewiss, gewiss. Artefakt des Soldaten. Fast übersehen. Aber nur fast. So. Das haben wir geschafft. Da hinkt irgendwas blaues. Komm mal her. Kann man dich auch so auseinander nehmen wie die anderen. Ne. Die sind schon stärker, ja? Ne, anscheinend. Ich hatte dich gerade doch auseinander nehmen können, aber irgendwie. Ah, leider. Really? Boah, Gegner. Keine Opfer, ey. So viel Damage. Ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Ah, jetzt. Die sind ja auch nicht so stark jetzt, ne? So. Wir füllen wieder Leben auf, weil ihr mich gerade abgefuckt habt. Das tut mir leid, aber was sein muss, muss sein. Wir kommen nicht drumrum, Leute. Wir müssen jetzt... Wie ist das so für Spaß? Ne, die können bestimmt auch so schießen, ne? Ah, die schießen gar nicht. Ja, dann lasst uns kämpfen. Lasst uns kämpfen. Na ja. So. Nummero Warner. Ich nehme mich auch noch mit. Gar kein Problem. So. Oh, noch zwei weitere. So, ein bisschen Damage gemacht. Auf dem Boden. So. Da wird erstmal weggezwiebelt. Und sein Kollege auch. Zack. Locker flockig, Jungs. Locker flockig aus der Hüfte, hab ich euch mitgenommen. So. Gibt's hier irgendeine Kiste? Ein Artefakt? Oh, was ist das? Hallo? Ein Amboss? Kann ich irgendwie nicht benutzen. Wo kann ich das nicht benutzen? Das sieht interessant aus. Okay, dann nicht. Dann scheiß ich auf euch. Äh, da kommen wir nicht durch. Oder? Äh, da unten ist eine Höhle auf jeden Fall. Da können wir auch kurz hingehen. Da ist noch eine Kiste. Wir nehmen alles mit. Äh, 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 äh. Jawoll. Das nehme ich mir. Kommen wir da hin mit einem Sprung, ist die Frage. Let's try. Ach ja. Nur wie kommen wir wieder zurück? Das ist das Ding. Wir kommen hier wieder weg. Ach so. Ah, okay, gut. Das heißt, es war nicht so schwer. Sehr gut. Und das haben wir geschafft. Und jetzt gehen wir da hoch. Ja, locker bleiben. Ich sagte. Locker bleiben. Nicht dumm angreifen. Genau, so ist es. Wer sein Blut, muss immer spritzen. Gut, was ist hier? Ah, Leben. Oh, ein Dinger. Ich würde mich interessieren. Kann ich ihn blocken? Greif an! Nicht so mit deiner Faust, du Idiot. Wo ich das gut predikten kann. Und hier, you know what? Oh, fuck yourself. Die, die muss auf die Eier. Nee. Nicht angreifen. Gespast. Genau so musste mich angreifen. Oh, nicht den, Alter. Ja, mach doch gleich du Kombo am besten daraus, Alter. Ich verstehe diese Viecher nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich sie blocken kann oder nicht. Ja, 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 ja. Kopf ab, jetzt halt's Maul, Mann. Weiß deinen Kopf ab, Mann! Also. Ah, so viel Leben wieder verloren. Ist das da oben? Da oben ist so ein Bullshit-Teil. Das kann nur dicker Pusten, ey. Es hält wieder irgendwas fest Guess what Das Maul Besser halten da oben Ähm Okay Wahrscheinlich kann ich das noch nicht weiter verwerten, benutzen Hier unten ist auch nichts Schön So Gehen wir erstmal hier hoch Fuck Okay Ist das anscheinend hier nicht so Geplant Wir sind zurück Ähm Wir müssen herausfinden Wie wir mit dem Teil Da arbeiten können Vielleicht da hoch Wo muss ich das bestimmt runterlassen Ah und da oben ist auch eines Okay Hallo Ah Wir müssen mich hochnehmen Okay I get it So is es Freunde so is es Oh das ist irgendwie Ist es eine andere Kiste Blutbar Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und er generiert noch schneller Chaos Ist das jetzt passiv oder ist das aktiv Boah Auf welche Waffe kann ich das denn knallen Einfach auf die drauf Scheiß egal Es ist egal Es ist so Scheiß egal Es ist egal Müssen wir das Ding wieder runter schießen So Warten ja Komm mit deinen solchen solchen Dingern ey Okay Good job Good job Ich glaube ich habe eine Idee Ja, 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 ja Okay, ich dachte nicht, dass hier oben eine Kiste ist Ich dachte, hier ist so ein Ding Sondern ihr wisst schon was Nein, ich wollte Ne, ne, das war Ja, genau Ich will da rüber Aber wie kann ich da Spring doch Meine fucking fresse Na also Idiot springt einfach nicht Wir haben jetzt gar nicht sterben müssen Also ganz ehrlich, ne Das war jetzt wieder schlecht Wieder richtig inakzeptabel in meinen Augen Hm Was ist hier? Da müssen wir hin Da will ich noch nicht Da hängen ist nix Okay, da will ich dann hin Ah, ja, ja, ja Was ist hier hinter Verborgen? Hm Ein Lebenstein Nummero zwei Und wir werden sogar noch aufgefüllt Das ist super Das ist super Sowas lobe ich mir Oh, noch eine vulgren Position Of course, of course Hallo Und wir gehen wieder Fresse Fresse Das Ascheland Oh, ja Ich glaube Hier muss ich hier sind Oh, ja Hier sind sie Gast in Hör mal Da muss ich durch Ich habe in dem Ich kriege mich sofort tot Weil die Too almighty sind Ich muss gar nicht versuchen Alter, das ist aber eine große Tate Jetzt hier Ach ja Ach du scheiße Holy shit Okay Oh 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 my god I did it Fuck you Oh 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 Er hat mich erschreckt Er hat mich richtig hart erschreckt Der Bastard Oh 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 Hallo Freunde Lange nichts von euch gehört So is Noch einer Grüße, mein Freund Ich weiß doch nicht, wer du bist Oder was ihr seid Ihr seid irgendwie schwarze Engel Nicht andere Engel So weiße und so mit Gold und so Aber egal Gut, die haben wir weggezwiebelt Dann versuchen wir in der nächsten Folge Durch diese krasse, fette Wüste zu kommen Vielen Dank fürs Zuschauen Meine übergeilen Pelikanen Haut rein und bis zum nächsten Mal